Hallo Leute, herzlich willkommen zu Let's Play Super Mario Galaxy 2 Oh, jetzt machen wir weiter hier in der Schlinger Sandgalaxie Wir laufen hier auf dieses komische Teil und versuchen noch schnell genug Ja, 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 jetzt geht's weiter Ich bin bei Magic Dragon XD und, ja, ich hab schon ein bisschen vorgespult äh, vorgespielt bis hier zu den Dings hier Ja, oder werden wir gleich mal weiterspielen Lobos weiblich Loba kann verdammt nochmal nicht weiblich sein Das geht doch gar nicht Ja Scheiß Kamek Hauf mich auszulachen Sterben Du auch sterben Na, die Münze hätte doch wenigstens mal in meinem Ding, äh, in meiner in meinem Gefährt landen können Ja, jetzt wird das Teil wieder schnell Und dann hol ich mir Layburn Dann hol ich mir Münze Dann geh ich da lang Und da Dann geh ich hier hin Münze Coin, Coin, Coin Münze, äh, Mitte meine ich Oh, das war knapp Das ist schwer Aber jetzt hab ich's geschafft Bis auf diesen silbernen Kettenhund Furzack Der nervt Der Silberne Weil der Silberne so ein Verfolgungskettenhund ist Der den Mario verfolgen will Nein, du kommst nicht hier hoch Man ist schon schaff Ich hab die Galaxie geschafft Ich regiere jetzt die Galaxie Oh, äh, 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 äh Ja Jetzt haben wir die Sandgalaxie da auch endlich geschafft Bis auf den Kometen Der nochmal völlig bescheuert wird 84 Sterne Toastbrief Kein Brief Ja Ja, dann geht's jetzt Nein Hier Diesen hier werde ich füttern Auch wenn ich es bereuen werde Da, 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 da 1500 Wollte der Ich hab ziemlich viele Sternenteile Wow, da gibst du mir einen extra Sternenteil Mit Zu viel Nicht abspacken Ja, genau 1501 Mein Lager für Sternenteile ist auch voller Erfolg Hier, Luba Oh, vielen Dank Ja, la, 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 la Hey, du kommst, hey, hast ein paar Eis-Tee-Teile für mich Ja, la, 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 la Ich habe so einen Hunger auf Eis-Tee-Teile Gib mir 1500, dann opferdehle ich mich Juchu Oh, ja Oh, ja Oh, wunderbar, ich bin so voll Na gut, dann wollen wir mal Opferdehleon Ja Ja, 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 ja Neue Galaxie geboren Luba Kann nicht mehr schießen Ja Sturzfluggalaxie Ja Wer kennt nicht die Gleitfluggalaxie Ja Gleitfluggalaxie Sturzfluggalaxie Gleitfluggalaxie Sturzfluggalaxie Kennt die Ähm Ja, ich meine Dings Ja Und ich muss wieder durch alle Tore durchfliegen Und das ist so nervig Ja Boom Ja, ich labere dich schon an Tukuklader, Tukuklader Fliegen, fliegen Dumm, dumm, dumm Anananana Da, 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 da 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 Also ich muss mich jetzt erstmal wieder ans Fliegen gewöhnen Ah, tiefer Fliege Hau ab Nerv Ah, ich glaube ich habe schon ein Tor verfehlt Ja Ja Okay, ich muss mich wirklich erstmal wieder dran gewöhnen Ah What the fuck Die Steuerung geht ganz schnell nach links Ah Okay Dä 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 Runter, 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 runter Yeah What the fuck Der Boden hat mich komponiert Nervung Weiter geht's Kräge Und rechtzeitig nach oben Aber nicht zu rechtzeitig Nein Scheiß Okay Wenn man Gegen die Wand fliegt Dann Es ist Instant Kill Okay Boah, ich muss mich erstmal wirklich wieder ans Fliegen gewöhnen Er ist an dem Typen da vorbei Und dann können wir Sturzflug machen Dieser Galaxie macht ihrem Namen alle Ehre Hier ist wirklich Sturzflug angesagt Nerv What the fuck Okay Nächstes Mal fliege ich extra langsam Komm, 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 mach schon Ja No, what the fuck Das ist vielleicht scheiße, diese Mission Mann Mann Da war es Das Tor Irgendwo Da Ich bin schon vorbei Okay, das wird nichts mit der Kometenmünze Deshalb bringe ich mich gleich um Wie soll das gehen? Ich wusste zwar, dass das die Galaxie ist Aber ich habe das nicht mehr in Erinnerung, dass es so scheiß schwer ist No, what the fuck Mann Ich bin doch nur gegen eine Ecke von dem scheiß Tor geflogen Sei mal nicht so empfindlich, du scheiß Mario-Vogel da Scheiß Vogel Mann Mann Oh Mann Okay, jetzt ganz entspannt Boah Wenn ich jetzt verreckt wäre Das wäre so ein Ausrüster geworden Boah Zum Glück war es nur ein Schadenspunkt Das wäre so 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 ein Schadenspunkt Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich kann mich nicht erinnern, dass man hier so einen extremen Sturzflug machen muss Wenn ich jetzt noch die Kometenmünze da unten verfehle Dann raste ich sowas von aus Naja, die Kometenmünze ist hier wenigstens nicht so schwer Nicht so, dass man 3,5 Millionen mal so da dran vorbeifliegt Okay, das waren jetzt 11 Minuten vom Video fast Äh, fast 10 Minuten vom Video Also Ja, also Nintendo, also testen die Spiele wirklich, also Wuhu, juhu Toll Scheiß Mission Relaxieregieren, Nerv Wetten, jetzt kommt der Wanderaffe Das ist so klar, dass jetzt der Wanderaffe kommt Einen Augenblick Einen Augenblick Die letzte Galaxie war ganz schön anspruchsvoll, nicht wahr? Aber du hast dich wirklich gut geschlagen Weißt du Ich wollte dir sagen Dass wir alle Wirklich bewundern Dass du die ganze Zeit Für Für eine Leistung zeigst Äh, blablabla Powersterne sammeln Jaja Einen Augenblick Ich weiß, Luba Oh, diese Galaxie Da will ich nicht mehr Aber ich muss noch am Ende Äh, noch einmal hin Ja Jetzt werden wir diese Galaxie hier machen Kometenalarm Weep, weep Der Sandalm lässt nicht locker Ja, dieser Sandalm Der lässt wirklich nicht locker Also Der Sandolmt sich fest An seinem Sand Also Es hat keinen Zweck Bla, bla Bla Risiko Bla, bla Sandolm Das ist der Sandolm Ja Aber das werden wir im nächsten Part machen Bis gleich zu Bis gleich Ja Ciao Ich bin jetzt richtig